Yo, 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 es geht so weiter und zwar haben wir jetzt wieder mal ein schönes Klasse 1 Sortiment und zwar die Super Sprüher, ganz Jahresfeuerwerk, fünfteiliges Sprühfontäne Set von Niko einmal gedreht, schwuppdiwupp und zwar haben wir hier dreimal Super Sprüher, zweimal Vulkane eine Gesamt-NEM haben wir hier von 34 Gramm ich bin gespannt, mal gucken ob ich das so hinkriege hier schwuppdiwupp ich muss mal kurz auf Pause machen, ich muss den auspacken ah, ja, ja, ok, alles klar, mein Kollege macht auf, noch besser allerdings muss ich sagen 3,99 Euro finde ich schon recht teuer gut, ich weiß noch nicht genau was da rauskommt, wir zünden alle an in der Dämmerung am Silvestertag, voll geil so, wir fangen an mit den schönen Fontänen hier schwupp und schwupp, ne, wir fangen mit den beiden Vulkanen an eins und zwei ok, ich nehme alles zurück, 3,99 Euro ist doch in Ordnung Alter, das ist Klasse 1 Vorsicht, Vorsicht und die letzten beiden geil, also für Klasse 1 richtig kräftig richtig